Das Tycon Anwender- und Administratorentreffen 2013 fokussierte die aktuellen Anforderungen an Softwarelösungen in den Bereichen Zeitwirtschaft, Konstruktion und Ergonomiebewertung sowie Entwicklungstendenzen in der Branche. Mehr als 80 Kunden des MTM Softwarehauses im In- und Ausland waren der Einladung nach Dresden gefolgt und informierten sich zu Neu- und Weiterentwicklungen wie Ergonomics Express, ein Schnellscreening-Verfahren zur ergonomischen Bewertung von Arbeitsplätzen, FlexPro, die IT-Lösung zur Prognose von Anlernzeiten und das neue Tycon-Modul Takt in SAP. Laut Softwarehausentwicklungschef Kai Ebert arbeiten MTM und SAP künftig noch enger zusammen. Wir haben jetzt bei SAP einen neuen Namensraum beantragt und auch bekommen. Das ist der Namensraum MTM und das bedeutet, dass wir bei SAP in einem höheren Partnerstatus sind, eine eigene Systemlandschaft pflegen und damit für die Kunden auch flexibler und moderner und unabhängiger Lösungen anbieten können. Premiere hatte MTM Mobile, die neue App aus dem Softwarehaus, mit der MTM-Analysen auf dem iPad erstellt, ausgedruckt und auch per E-Mail versendet werden können. MTM Mobile ist vorrangig konzipiert als einfache Lösung für die MTM-Anwendung und die Vorbereitung von MTM in Ausbildung und Lehre. Kai Ebert sieht auch hier Entwicklungsmöglichkeiten. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine verstärkte Nutzung von mobilen Geräten an der Linie gibt. Momentan ist der Markt noch sehr uneinheitlich. Das heißt, man kann nicht sagen, dass das Apple iPad jetzt die Lösung sein wird, sondern da wird sich noch vieles tun im Business-Bereich. Und wir werden das natürlich mit unseren Produkten weiterhin beobachten und auch dann entsprechend unterstützen mit neuen Produkten. Auch in der Podiumsdiskussion ging es um die Nutzung von Tablet-Computern in Unternehmen. Noch sei viel Papier im Einsatz. Wenn aber vor Ort per Tablet erfasste Änderungen direkt zurück ins System gespielt, sprich die Daten synchronisiert werden könnten, wäre das ein guter Ansatz, hieß es. In puncto grafischer Aufbereitung von Daten war sich Gerd Hesse von Airbus Operations mit dem Podium einig, dass die Visualisierung der Analyseergebnisse die Grundlage für rasche und an die faktenorientierte Managemententscheidungen ist. Ein standardisiertes Bild für die Führungskräfte ist einfach die Entscheidungsgrundlage, überhaupt aktiv zu werden. Weil eine Überarbeitung einer Kalkulation bedeutet, oder Erstellung einer Kalkulation bedeutet Aufwand. Und wenn man den Nutzen nicht rüberbringt und das möglichst in einem Bild, sodass es auch vergleichbar ist zwischen den Bereichen, dann wird damit nicht begonnen. Es geht so weit, dass der Werkleiter dann auf dem Rechner, auf seinem Mobilfond eine App hat und seine Ergebnisse abrufen kann, seine Kennzahlen. Erfahrungsberichte und Best-Practice-Beispiele zur Anwendung der MTM-Software kamen in diesem Jahr aus Deutschland und Italien. Piero Meiner stellte das Ergo-Balancing bei Fiat vor. Elke Lattmann von Veritas beschrieb ihre Erfahrungen mit den Modulen Takt- und Mehrstellenarbeit. Tim Jeske von der RWTH Aachen gab einen Einblick in die softwaregestützte Prognose von Anlernzeiten. Samuel Schäfer von Siemens stellte die Anwendung von ADIFAR, einer Standardschnittstelle zur Datenübertragung vor. Den Schlusspunkt setzt Friedrich Werner von PFW Aerospace mit einem Vortrag zur automatischen Kalkulation von Arbeitsvorgängen mit TICON für SAP.